Ein Ford Focus steht hier zum Verkauf. Der blaue Kombi ist fünftürig und bietet Platz für fünf Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 20.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing, Einpackhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 150 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,6 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 16.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohauskügler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis 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 Vielen Dank.